Sie haben Facebook gerade angesprochen, als wichtige Kommunikationsquelle ist für Sie nicht nur ein beruflich wichtiges Tool. Wie wichtig ist Social Media jetzt gerade für Menschen, die sonst manche Einschränkung doch haben in ihrem Leben, als neue Kommunikationsform? Großartig, das ist Wahnsinn. Es ist heutzutage so easy. Ich habe mein Handy, ich kann Videos aufnehmen, ich kann damit Ton aufnehmen, ich kann damit Fotos machen. Und das kann ich sofort online stellen. Und ich kann, wenn ich eine Geschichte habe, und ich verstehe eine Geschichte zu erzählen, weil Geschichte zu haben und zu wissen, wie man sie erzählt, ist was ganz anderes. Aber wenn ich beides habe, dann kaufe ich die Mittel, die gratis zur Verfügung sind, um potenziell die Welt zu erreichen. Ich kann ein 30 Sekunden Video mit meinem Handy machen, was 60 Millionen Menschen auf der Welt innerhalb von einem Monat sehen können. Und das ist egal, ob ich jetzt blind, taub, dick, schwarz, gelb, Mann, Frau, komplett wurscht. Ich habe die Geräte, ich habe die Mittel und jeder, wenn jemand jetzt sagt, er weiß nicht, wie er sich vermittelt, jetzt ist die Zeit. Es geht, das ist das Tool und wir haben die Zeit dafür und es kann jeder auch Story erzählen. Oder sich von Ihnen beraten lassen, weil Sie natürlich Social Media mäßig sozusagen up to date. Oder von Ihnen beraten lassen. Natürlich. Eine Frage habe ich.